Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laa und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Ezra unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um dieses schicke Mount, was ich mir aus der Vision of Enzod geholt habe. Und das schimpft sich hier einmal Postmanfer. Und wie wir das unser spielen können, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes, bevor ihr das Mount spielen könnt, müsst ihr erstmal die Visions of Enzod freispielen. Wie macht ihr das? Ihr nehmt in eurer Hauptstadt Dazar Loa oder in Boralus erstmal diese ewig lange Questreihe an, spielt euch durch Uldum durch, ihr spielt euch durchs Tal durch, ihr spielt quasi das Szenario einmal in Blackrock. Irgendwann habt ihr dann dementsprechend euren Legendary Umhang. Und dann habt ihr auch quasi hier in der Herzkammer diese Portale, die ihr nutzen könnt, um dementsprechend in die Visions of Enzod zu kommen. So weit, so gut. Das braucht ihr als erstes. Denn dieses Mount können wir uns in den Visions erspielen. Und was müssen wir da machen? Wir müssen uns, ja, wir müssen einen bestimmten Postkasten anklicken oder mehrere Postkästen. Und dann haben wir eine Chance, dass ein Rare spawnt. Und dieser Rare, wenn ihr spawnt, droppt jetzt so 100% diese schicke, ja, mehr oder minder schickes Wurm-Mount. Und ja, ich zeige euch mal kurz die Map. Da haben wir jetzt die OG-Map. Machen wir das mal ein bisschen größer. Und ich habe mir jetzt schon mal ein paar Postkästen rausgesucht. Ihr habt ja im Moment die Ogramma-Invasion. Und es ist hier so, dass das hier der erste Teil ist, den ihr hier seht. Und hier haben wir den Postkasten hier an der Seite am Auktionshaus dran. Also hier dran. Das ist der erste Postkasten. Den könnt ihr mit jedem Twink machen. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe erst mit Main die ganzen Visions gemacht. Wusste auch nicht, ehrlich gesagt, dass es das Mount gibt. Und habe mir jetzt extra noch einen Twink nachgezogen. Und habe quasi mit dem diese Visions nur auf den Rare gespielt. Heißt, einfach reingegangen, nur die Postkästen aufgemacht. Gut, denn am Ende noch den Endboss, wenn es geht. Und fertig. Es kostet euch aber nicht viel Zeit. Ihr beschwört diesen Rare. Indem ihr auf den Postkasten klickt, dann kommt der und haut ihn um. So viel live hat er nicht. Also ihr könnt das auch mit dem Main nebenbei machen. Genau, also hier ist der erste Postkasten. Hier unten. Der zweite Postkasten, der ist quasi hier im zweiten Gebiet. Und zwar müsst ihr ja hier oben reinlaufen. Und dann ist ja hier unten der Boss. Und der Postkasten befindet sich an dem Haus hier dran. Das ist der zweite Postkasten. Und der dritte Postkasten, den ich jetzt gesucht habe, ist hier in dem dritten Gebiet. Und zwar hier unten ist ja der Boss. Und der Postkasten, ich glaube hier war er dran am Tor oder war er in dem Haus. Wir werden es gleich sehen. Ich habe es mit aufgenommen. Also irgendwo hier unten war auf jeden Fall der Postkasten, den ihr dann anklicken müsst. Das ist es soweit. Ich schätze mal, dass in dem Gebiet und in dem auch nochmal jeweils ein Postkasten sein wird. Aber ihr wisst ja, im ersten Gebiet verliert ihr nur ein bisschen was von eurer Leiste. In den anderen beiden hier schon relativ gut was. Und hier extrem viel. Also da sollte man erst reingehen, wenn man wesentlich besser hochgeskillt ist, den Umhang höher hat. Und dementsprechend war ich da auch noch nicht drin. Ich habe mal einen Mount hier bekommen. Also im dritten Gebiet war alles kein Stress. Und wenn man ein paar Mal reingehen kann und die Postkasten einfach so ein bisschen auf dem Radar hat, ist es auch kein Problem. Ich habe das auch mit aufgenommen gehabt. Und zwar seht ihr, laufen wir da gerade in Division rein. Und da links ist Rilequals und hier vorm Auktionshaus ist der erste Postkasten. Und den klickt ihr einfach nur an. Und wenn ihr das tut, dann kommt irgendein random Mob raus. Und hier in dem Fall war es halt einfach irgendein Blub. Den brauchen wir nicht. Ist jetzt relativ egal. Ich habe das dann hier ein paar Mal gemacht. Wir können jetzt mal hier ein bisschen vorspringen. Ich glaube bei 22 Minuten genau hier etwa. Das hier ist jetzt im dritten Teil. Und da seht ihr, bin ich da am Boss vorbeigestelft. Und hier seht ihr, ah genau beim Tor, wie ich es mehr dachte. Hier ist nochmal ein Postkasten. Den einfach anklicken. Und ihr seht, hier ist der Mob auch, den wir brauchen. Das ist der Postmampfer. Ja, also sprich, den müssen wir umboxen. Und wenn ihr den umboxt, dann kriegt ihr zu 100% euer Mount. Ich habe es jetzt noch nicht in der Gruppe getestet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jeder dann das Mount kriegt. Ich schätze aber ja. Jetzt wo ich alleine drin war, hat der Mob gerade mal 300k live. Also das ist jetzt auch nicht mal krass oder so. Also ihr hält euch jetzt tatsächlich auch nicht lang auf. Zack, ihr lootet ihn. Ihr seht, Postmampfer ist drin. Mount haben wir. Alles easy. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man muss halt nur wissen, dass man diese Postkästen anklicken muss. Was natürlich hilft, wenn ihr eine Stave-Klasse seid. Wenn ihr einen Twink habt, der vielleicht nicht so gut equipped ist, wie meiner jetzt hier. Und ihr nur das Mount farmen wollt mit dem Twink zum Beispiel. Dann hilft es natürlich, wenn es eine Stave-Klasse ist. Könnt ihr ein bisschen durchstapfen. Einfach die Postkästen aufmachen und fertig ist. Aber ich denke mal, die ersten zwei Zonen solltet ihr auch mit nicht so gut equippeden Chars schaffen. Auch wenn ihr nichts durchstapfen könnt. Genau. Das war es dann soweit mit dem Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.